Moin Moin und Willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind in den nächsten Katakomben. Ich würde mit dem Fahrstuhl nach unten schon mal, interessant. Da hätte ich abspringen können. Dann mache ich das. Und natürlich einfach wieder ein bisschen gegen Wände schlagen. Das hat mich ja das jetzt mal ein bisschen getriggert. Ich suche so schlimm zusammen mit dem letzten Mal. Hier kommen wir noch mal gegen schlagen. Ändert sich nichts. Gut. Hopp, hopp. Ich hätte mich mal leveln können. Das war schön. Nur der rote Geist hier. Da geht es runter. So. Wie passiert die Bostür? Okay. Dann gehen wir hier mal in die Richtung weiter. Da müssen wir irgendwo den Bostürschalter finden. Das ist mal gegen schlagen. Ja, vielleicht. Das sieht gut aus. Oh, schade. Das ist auf jeden Fall der Bostürschalter. Da geht es sehr tief runter. Mhm. Fallenknopf. Nebelwand. Ach. Was war ich hier mit Steinscherzschlüssel? So, zwei Spielrunden leichter und seine Haltung ist durch. Okay. Ich schlag gerne Wände. Leute. Alter. Einer ist schon drin. Ich mach dir alle auf. Hallo. Oh. Mit Felsding wollen wir nur zwei auf Klan angegriffen. Sauber. Wurde von irgendwo oben noch getroffen. Ah, hier von dir. Oh. 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 Ich glaube, ich sollte die Laterne auch mit ausrüsten. Und dann ab und zu. Das Licht hier kasten. Sonst ist es ein bisschen dunkel hier. So habe ich mit der Laterne zumindest im Zweifelsfall so eine Art Rückfalllicht. Oh, 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 was haben wir hier? Oh, komm mal drauf. Ich werde mich ewig hat, wenn ich es nicht tue. Nox, Spiegelhelm. Okay. Was ist allein hier drin? Oh, tut mir leid. So, weiter im Text. Ja. Ich bin bis jetzt auf jeden Fall sehr froh da rumzieht, indem ich ein Feuerspeier hier noch nicht wieder aufgetaucht sind. Nice. Die Boss-Türöffnung. Wow. Ich treffe ja richtig gut. Oh, lass mich in Ruhe. Da komme ich hierher. Da kann ich zurückspringen. Und das heißt, dieser Weg führt hier wohin? Zu Gegner. Okay, das war jetzt Verschwendung. Ein Asch-Ding zu viel. Aber egal. Ich möchte meine Rune nicht aufbrauchen, also meinen Runenbogen. Sense. Ah. Befürchte, wir müssen runterspringen. Unangenehm. Und zwar hier. Eins. Drei. Drei. So. Haltung. War schon durch. Ich meine Rune nicht wieder. Danke. Gut. Hedekopf. Wunderbar. Noch ein dritter von denen? Zwei ist eine komische Zahl. Ich weiß nicht genug. Wahrscheinlich nicht. Ist okay. So. Weiter im Text. Äh. Falle, 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 Falle. Das ist der Schalter dafür. Oh, komm. Aha. Fühle ich mich schlau. Das kann ich freilich auch gegen die Gegner verwenden. So. Weiter. Lügner voraus. Ja, aber nicht die Wand, schätze ich. Das Ding ist merkwürdig aufgebaut. Oh Gott. So. War nett mit dir. Ah, ich wollte den Kripp machen. Ah, Arschen Asche. Performte Axt. Oh, verformte Axt könnte wieder was Interessantes werden. Ist das eine Axt? Das ist ja... Zumindest schon mal der richtige Waffentyp. Alter Reister. Irgendwo hat sich eine Kufftür geöffnet. Eine schwere Tür. Das ist auch nervig. Wenn diese Meldung angezeigt ist, kann ich nicht angreifen in dem Moment. Oh ja. Ich bin gewisse. Ich bin so tief. Dann ist das... Ich bin so tief. Ja, tu ich. Oh, 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 oh. Nein. Und stirbt. Oh. Ist so peinlich, wenn man dich trifft, ne? Oh, ja. Gut. Asche des keinen Söldners. Okay, gibt es das, den Katakomten immer? Asche. Ich finde, das ist jetzt doch recht eindeutig, langsam. Ja, wird wohl so sein. So, ich glaube, wir haben noch eine Höhle, haben wir jetzt noch. Und zwar... Ist Teilhöhle der Akademie. Hier hat das Beste. Dann so sein. Dann habe ich alle Höhlen, die wir bis jetzt entdeckt haben, fertig. Cool. Da geht es wahrscheinlich wieder raus. Ab nach unten. Oh. Ratte. Heute eine Höhle 1. Ey. Heute eine Höhle. Wuhu. Zinnen sind epische Gegner. Gut, die großen könnten es vielleicht wirklich sein. Hm, die Magier da vorne alle echt. Ich habe gerade die ganzen Schatten gesehen, oder... Steinfiguren. Wieso sind die hier vorne echt? Unangenehm. Die sind wohl alle echt. Aber recht schwach. Also, auch wieder egal. Hier sind mehrere Wege, die wir weiterführen. Gehen wir hier lang. Okay. Nein, unsere erste goldene Rune ist tot. Nein. Ich hätte gleich einfach trinken sollen, statt abhauen. Hätte ich das wahrscheinlich überlebt. Ja. Ja, gut. So, warte. Inventar. Wir haben ja ein paar gefunden. So. Machen wir doch wieder schick. Deckerm. Deckerm. Und los. Kein Loot? Nö, kein Loot. Kann ich nicht noch mehr raten? Machst du die zwei? Okay. Und los. Auch. Oh, ich habe Blut vergessen. Sollte mich was schämen? Kuckuck Schimmerstein. Ja, okay. Kuckuck. Ich mach die Richtung, andere Richtung hier weiter. Okay. Okay. Das ist ein Sackgasse. Das ist okay. Mein Schwertschlüssel. Uh. Danke. Dann. Mit dem Spaß. Ich hätte gerne mal eine Ruhe wieder. Und du stirbst jetzt. Hallo. Oh. Ruhen. Okay, jetzt bin ich wieder entspannt. Weiß. Ich hätte es jetzt echt schade gefunden, wenn die Ruhen wieder weg wären. Oh, Bossnebel. Okay. Das heißt, wir gehen noch rein. Ich habe da nämlich eine Truhe gesehen. Ruhenbogen. Okay. Wo bin ich denn hoch? Das ist ganz wichtig. Wieitus wird noch mal get Ventilation? Das ist doch jetzt nur Sackgasse mit dem Steinschiff, oder? Lügner, 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 naja, haben wir ab, vom Passraum zurück, das wäre auch ungewöhnlich. Hab wir eine Tür gefunden. Oh, noch eine Ruhe. Das Zeltstab, uh. Dann, auf zum Boss. Natürlich machen wir es wieder einfach, ich mach die Felsdinge drauf. Einmal den hier, den hier, und die hier. Oh, ich mag die hier nicht. Da, gegen die ist man mit stumpfen Waffen, glaub ich, am besten aufgehoben. Oder man muss lang genug treffen, irgendwann sind sie, irgendwann sind sie nämlich durch. Kaputt gebrochen. Also die war schon kaputt. Kann ich euch backstimmen? Geht das? Jo. Mach's einfacher. Und stirb. So, jetzt ist sie aufgeknackt. Oder eher, wie auch immer. Jetzt kriegen sie auch mehr Schaden. Das ist halt eine Explosion. Danke. Uh. Und das ist jetzt. Ein anderer Eingang zur Akademie. Okay. Ganz schön hoch. Äh. Alter. Wie hoch? Wie hoch? Einfach am obersten Punkt der Akademie oder was? Okay. 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 Tera Magica. Now what is'n dat? Verhört die magische Stärke derer innerhalb des Siegels. Ah. Ah, da kann ich mir wahrscheinlich dann so einen Buff-Kreis auf dem Boden zaubern und kann dann besser zaubern. Oh, interessant. Und wieder runter. Ähm. Ei, ei, ei. Dieser Fahrstuhl ist heftig. Da steckst du zufällig was unten runter. Ja. Tramp-Drobes hat er versteckt. Frech. Und zum Eingang. Gut. Ach, ich hätte von oben Schnellreise machen können. Oh, ich war doch an einem freien Himmel. Ja gut. Okay, dann können wir jetzt endlich mal das machen, was ich mal wollte hier und die Torstadt einmal da durchkämpfen. Und dann sind wir quasi mit diesem Seenland-Dings da eigentlich für meine Bedürfnisse fertig genug. So. Kondition. Jetzt brauchen wir nochmal 5000 Euro mehr. Ich schmeiße damit mal Fun-Bonk, weil da habe ich wieder nichts, was ich verlieren kann. Das ist ganz geil. Nutzen. Ah. Noch eigentlich jetzt zwei nutzen wollen. Das habe ich jetzt richtig schön verkackt. So, reicht aber nicht, oder? Ich muss 20.000 haben. Ja, dann muss ich jetzt noch 500 hinterher hinten dranhängen. 600. Gut. Mehr FP. Gut. Weiter. So, hier in Richtung Akademie werden wir uns jetzt hier durchkämpfen. Das Gute ist, wir können hier mit dem Pferd noch relativ viel arbeiten. Das heißt, es wird hier im ersten Mal mit eher ein Gutausflug werden. Die schreien so unglücklich, wenn sie sterben. Also, ich will jetzt die Jübel nehmen, wir meinen, sterben sie gerade, aber... Das klingt so, Sünde. Das ist fit. Aha. Ah. Ja! Okay. Ja. Hm. Ja. Das ist ja... doof. Ähm. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist ein komisches Bleichgesicht. Mit dem hatten wir schon mal irgendwo Kontakt. Der ist das Problem. Worum es ja eigentlich geht. So. Guck mal, ob die Dächer drauf? Ich habe hier einfach gar keinen Überblick. Auch schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Moin Jungs. Hallöchen. Weil aber irgendwo... Weil ich glaube ich eine Truhe oder ein cooler Loot. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Hallo, stehst du mal auf? Mein Gott. Oh. 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 Witziger Ketzenschutz. So. So. Sie war es verteidigt. Oh, Truhe. Aha. Da ist sie. Oh. Oh. Handbuch 4 des Schimmersteinmetzes. Ja, das finde ich sinnvoll. Und dann auch noch was. Das habe ich eben gesehen schon. Kristallknorst. Wäre ja schön. Ich kann mir fast vorstellen, dass das schon war mit dem wichtigen Loot hier drin. Warte, ich höre. Hier, hier, hier. Was bist du? Du geschmiedest. Ah, okay. Ich dachte schon wieder auf die Krieg, Sascha. Das ist so weitläufig. Dieser Ort. Da muss ich jetzt aber sagen, als ich das beim ersten Durchlauf zu Fuß alles gemacht hätte, da war zumindest die Übersicht. Okay, hier war ich schon. Ah, ne, die hat ja gar nicht so viel gesetzt wie die anderen. Da ist noch ne Truhe. Ah. Und, was hier drin? Kein Schwertschluss. Uh. Das freut mich doch. Oh, war zwei sinnvolle Sachen schon wieder gehabt. Wir kämpfen uns jetzt hier durch die Gebäude mal durch. Ich glaube, das ist interessanter. Nicht meine Leute mit? Ja, eigentlich schon nicht. Garabeus. Wollt ihr schon fertig? Nein. Ah, ja, ja, ja. Ich habe mir geholfen, ja. Noch ein Splitterpfeil, okay. Erst durch Krabbe. Der Glitzerndieb nicht weg. Na ja, noch mal weiter. Es wird lauter. Ah? Wo ist hier das Glitzerding? Hier, den Platz machen wir gleich. Wir haben da vorne diese komische Fingerlady, die mit uns reden möchte. Ist das so laut hier? Oh nein. Hier, nee, nee. Die Fingerlady mache ich dann wohl jetzt nicht. Wahrscheinlich hier unten drunter. Nichts, was ich jetzt hinkriege, weil ich dann auf die Soldaten wieder verzichte. Oof. Oh. Wir sind verschwunden. Boah, was für eine Feuerwagen. Waren sie deswegen hier? Mann. So. Schön, dass du das gemacht hast. Hier geht es gerade auch so weiter direkt zur Gnade, die wir schon freigeschaltet haben. Das heißt, hier durchcampen war gar nicht mal so geil, weil hier ist einfach gar kein Gut gewesen. Mach ja und fand Gut. Weiß aber nicht, dass es sich lohnt. Ah, gut. Für die Sammlung. Mag's okay sein. Aber können wir jetzt zur Fingerlady. Ah, die will mir meine Finger lesen. Oh. Hallo. Ja, bitteschön. Bitte, bitte. Mechla's. Mechla's favor can be yours. Metsu, Metsu, Metsu! Okay. Ja komm, das ist der selbe Text wieder, ne? Ja, ja, ja. Den Text kennen wir ja jetzt. Bin ich da vorne, wie du sagst? Ab, ab aufs Dach! Genommen, oder? Nicht? Doch, ich war so frei, gut. So, jetzt geh ich mal dahin, wo es so laut schimmert. Hat mich ja wahnsinnig, wenn ich sowas höre. Und es nicht finde. Ist hier noch Luke versteckt? Ja, Spielstein 2. Ich höre es immer noch! Ich sehe es nur nicht! Nein, nicht meine Rude. Ich will nicht noch eine Rude verschwenden. Schlaf! Okay. Okay. Das war unangenehm. Was ist hier? Das ist ja... Was ist hier? da oben. Krieg ich den runter? Warte mal, Pfeilbogen. Komm, hol den Großbogen. Ich hab keine Pfeile ausgerüstet, oder? Brauch Großpfeile. Großpfeile. Wuchtiger Ansturm. Ich sehe das dämliche Glitzer hier weg. Oh, endlich. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Oh, hier mal wieder dranscheln. Dann nehme ich den hier wieder weg. Hier nicht auch eine Fingerlady? Wie ist es mir so, dass an dieser Kaputke noch so eine Fingerlady ist? Oh. Gut, aber die ist wenn, dann oben. Da heißt sie. Jetzt schon mit ihr gesprochen? Sagen die mir dasselbe? Sagen sie mir immer dasselbe? Also alle Fingerladys? Also immer dieselbe Fingerladys? Fragen über Fragen. Laufen, kurz hin. Oh, dicker Ritter. Du hast da... Ah, du hast da keinen Hut, du hast da nur einen Stein. Naja, der ist nicht wichtig. Oder noch eine Gnade. Wieso wird mir die Fingerleserin da angezeigt, will ich hier noch gar nicht wahr. Aber ist okay. Darüber beschwere ich mich mal nicht. Sagst du mir dasselbe jetzt gerade? Ja, ja. Bitteschön. Hier zieht das nicht was anderes. Ah, Anspielung auf das Amulett. Also das nicht bewegt, nicht fühltige großartige Aufwand. Naja. Ah, das ist schon mal cool, sie erzählen unterschiedliche Sachen. So, jetzt mach mal hier das Türchen auf, ja. Wunderbar. Oh. Ach ja, ich telopatier mich gerade rüber, weil die Brücke kaputt ist. So war das, ne? So, machen wir mal ab. Hier runter kommen wir, glaube ich, zu der Ecke, wo wir eben waren, ne? Ja, aber, 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 aber. Nein, nicht berühren. Ich glaube, hier war ein Händler unten. Und Wölfe auf dem Weg, das kann auch sein. Ja, da sind sie überall. Bleibt mal liegen. Tatsache. Haben die Würfe jetzt noch? Ne, ne? Okay. Hallo. Ja, was du hier hinter dem magischen Siegel versteckst, ist kein Wunder, dass du keine Kunden kriegst. Boah, diese Händler in diesem Spiel machen so viel falsch, glaube ich. Uh. Hast du schon der Vampirwichte? Das brauchen wir auf jeden Fall. Und schon wieder Pleite. Boah, es ging ja schnell. Gespenster. Dorf der Rasen in Flamme, ja, ja. So, Rezeptors. Uh, hier ist noch. Oh, Steinschäfte. Und hier unten lag noch Loot, ne? Ja, tatsächlich. Noch so ein Bluthund. Die Lesb wird sterben. Also du, nicht ich. Oh mein Gott. Oh, ey, ey, ey. Himmelstau. Was ist denn das schon wieder? Hä? Ja. Für die Absolution in der Kirche der Gelübde. Okay. Ach so, falls ich ein böser NPC-Töter bin, ne? Lass die Leute mir verzeihen. Ja. Haupttor der Akademie. Ja, das heißt, also für meine Verhältnisse, wie ich erstmal ein Bedürfnis habe, sind wir hier mit den Seen soweit fertig. Wir haben dann hier oben das Haus, wie heißt das? Das Haupttor des Anwesens von Caria. Das würde ich gerne noch, auch noch regeln. Wir können dann hier schon mal hochklettern. Zur, äh, zum, ach, irgendeinem Plateau ist das da oben. Dann sind wir schon mal wieder näher weiter. Hier unten, Kelle, lassen wir erstmal aus dem Fond. Eine Sache aber fällt mir gerade noch ein. Ich habe in diesem königlichen Urin doch noch keinen Keller gewonnen, oder? Oder Luke? Mal ganz kurz schauen, ob hier ein Keller ist. Hier, stirb. Stirb. So, jetzt schon wieder hin teleportiert, hä? Hä? Wo bist du? Da. 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 Schon wieder so ein Teleporter-Typ. So. Ah, EG, vergeb mir. Der königliche Boden war uns anvertraut. Aber wir hatten keine Chance. Hey. Komm her. Hundi. Hundi? Noch ein Hundi? Kein Keller? Lass noch ein Lut. Lass noch ein Magier. Lass noch ein Glühwurm. Okay. Hier ist echt viel mit Wölfen. Ach, mir fällt auch gerade ein. Wir haben den Rätselturm da noch gar nicht gemacht. Wir haben hier noch einen gehabt in der Ecke. Hä? Wir haben hier. Wir haben hier. Also, EG. besten knappen denn halt nicht Hier, Goldene Runde 1. Als Entschädigung dafür, dass ich jetzt wieder so lange nachher versuche, was es anscheinend nicht gibt. Aber fertig, schnelle Variante. Nö, bleib bei nein. Was ist das? Dichtung ist wunderschön, aber doch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das waren Schweinkramnachrichten. Auch an der Seite, gibt es keine Treppe runter. Ah, hier ist noch was. Auch Reifkristallknospe. Ah, guck mal, haben wir doch noch was Sinnvolles gefunden. Na gut dann. Jetzt sind wir hier soweit durch. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werden wir irgendetwas halbwegs Sinnvolles machen, um weiter voranzukommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.